Willkommen im Aquacentrum. In diesem Video erfahren Sie, wie die Einhebelmischerkartusche unserer Hydroselect 3-Wegearmatur gewechselt wird. Als erstes sollten Sie jedoch den Perlator entkalken, da hier Wasser verdunstet und der übrig gebliebene Kalk das Sieb verstopft. Sollte das keine Veränderung gebracht haben, können Sie die Kartusche im Einhebelmischer entkalken oder austauschen. Wie das geht, sehen Sie jetzt. Sie benötigen einen 27 mm Gabelschlüssel, einen 2,5 mm Imbusschlüssel und die passende Kartusche. Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, sollten Sie das Warm- und Kaltwassereggventil zudrehen und am Wasserhahn testen, ob das Wasser auch wirklich abgestellt ist. Im ersten Schritt lösen Sie die Befestigungsschraube mit dem 2,5 mm Imbusschlüssel. Jetzt kannst du den Hebel da abmachen. Falls die Madenschraube ganz rausgedreht wurde, bitte gleich wieder ein Stück einschrauben, damit sie nicht verloren geht. Jetzt muss man nur den Schlüssel drehen. Muss man nicht so viel drücken. Einfach mal drehen. Das muss leichtgängig sein. Wenn es schwer geht, ist es schief. Dann macht man das Gewinde kaputt. Das sieht gut aus. So kann man es lassen. Als nächstes die Abdeckung von Handabschrauben. Darunter befindet sich die Befestigungsschraube der Kartusche. Diese wird mit dem 27 mm Gabelschlüssel abgeschraubt und die Kartusche kann entnommen werden. Jetzt wo es schon los ist, kannst du es einfach mit der Hand ausschrauben. Jetzt kannst du dieses Teil da rausnehmen. Das ist die Kartusche. Schauen wir, ob wir auch dieselbe neue Kartusche haben. Neue Kartusche einsetzen. Die Kartuschen passen nur in einer Stellung. Sicherungsschraube wieder einschrauben. Und jetzt kommt der Hebel wieder drauf. Mischerhebel wieder aufstecken und die Befestigungsschraube mit dem 2,5 mm Inbussschlüssel befestigen. Werkzeug wieder aufräumen. Kinder leicht. Das Wasser am Eckventil wieder aufdrehen, fertig. Musik 4 Zeit 5 Untertitelung des ZDF, 2020